Ich habe hier zwei Fahrzeuge, um zu wählen. Du brauchst einen, um in die Zukunft zu kommen. Das ist dann eher so die Stärke von dem Auto. Also, wie robust die Karre ist. So, weil jetzt bin ich gerade mal überlegen. Ich nehme jetzt den, wo ich nicht haben will. Eigentlich bin ich beide. Und ich bekomme ja auch beide. Aber den, wo ich dann Test fahren will und halt in der Promo-Vehicle-Challenge fahren will, den darf ich nicht nehmen. Deshalb, ich entscheide mich für... Also, wir sind bei Topspeed und Beschleunigung eigentlich fast genau gleich. Obwohl der Königsseck ein bisschen besser ist. Aber der ist auch Drift. Also, nehmen wir hier den Königsseck, damit ich den Bugatti in der Vehicle-Challenge fahren kann. So, dann sollte die Vehicle-Challenge wohl auch gleich kommen. So, wir haben auch noch ein Promo. Eins. So, bevor wir das starten, gehen wir in die Vehicle-Challenge. Vielleicht können wir dann auch gleich mit dem... Warum kommt da jetzt nicht der Bugatti? Hallo? Senwo ST1. Was ist das für ein Auto? Sagt mir gerade gar nichts. Alter! Was ist das? Schauen wir mal ganz kurz an. Senwo... 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 Weiß nicht, ob man das Z ausspricht oder S... Hm... Sagt mir jetzt wirklich gar nichts okay. Und wieder Drift. So, dann hören wir die Auspuffrohre da auch. Hier rausschauen. Also, hinter dem Gitter. Sieht auch mal geil aus. So, oh, oh, oh. Oh, ja, hier merkt man schon Drifteigenschaft. Der driftet gleich hier weg. Das ist aber die Karik ganz herrlich, hey. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Sieht aber ganz cool aus. So, ein bisschen früh gebremst. Aber es geht noch. So, ein bisschen über die Wiese. Da macht der Karik auch nichts. Muss er aushalten. So, Alter, der kommt schon relativ schnell. Wobei ich fauchere. Ein bisschen schneller auch in den Kurven. So, wir wollen ja natürlich auch hier eine Zeit schaffen. So, haha, okay. Schön gedriftet ein bisschen. So, aber schlecht ist er eigentlich nicht. Lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Ist jetzt auch vom Drift her gar nicht so schlimm. Also, da gibt es Schlimmere, die schneller hier wegdriften. Aber ein bisschen aufpassen muss man natürlich schon. So, Gas gibt da auch ganz gut. Aber ich glaube, der A8 war auch ein bisschen besser. So rein von Beschleunigung und so her. Oder vielleicht war das auch so, weil wir immer in eine Stadt gefahren sind. Und vielleicht auf der Rennstrecke merkt man das Geschwindigkeitsgefühl nicht so ganz. Ja, Promo-Event. Ich hole mir erstmal meinen Bugatti hier. Auf, Jas Marina. Nein. Warum nur? So, einmal der hier. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt. Wie sich der fahren lasst. So, wir können euch gleich auswählen. Einmal schön in schwarz. So, also hier der Motor. Bewegt die Karre hier, ist richtig. So, da kommt der Spoiler hier dezent rausgefahren. So, ich muss aber auch sagen, gefühlsmäßig so rein von dem... Klar, hat er eine gute Beschleunigung, aber der A8 war gefühlsmäßig irgendwie besser. Oder vielleicht war es halt wirklich so, halt auf den engen Straßen, das vielleicht ein bisschen besser rüberkommt. Aber man muss sagen, richtig geiles Hängling, die Karre. Mit dem kann man ja was machen. Zieht auch so ganz gut weg. Also, richtig schön. Alter, der hat zwei Stufen-Hack-Spoiler. Wenn der nochmal ein bisschen weiter raus ist. Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Boah, 340. Alter, der beschleunigt halt immer noch. Aber ich muss ja leider abbremsen. Nee, er ist schon zu weit raus. Alter, wie viel fahrt der nochmal? Der fahrt ja, glaube ich, 400 oder so. Wo kann ich hier in dem Spiel 400 fahren mit der Karre? Gibt es doch gar nicht. Auf allem wieder noch bei... Oh, war leid, das war jetzt auch noch ein bisschen zu viel. Aber wie schnell der eigentlich noch beschleunigt hat bei 340 und so. So schnell wie schleunigt liegt immer mein Auto bei 20 oder 40 oder? Keine Ahnung, ey. Der Bugatti, ja, der geht schon ab. So, jetzt kommt es noch ein bisschen kurvig hier. Oh, jetzt kommt die blöde Stelle. Aber da hinten müsste dann gleich die Ziegelung sein. Jetzt kann man nochmal links rum, dann rechts rum und dann auf die Ziegelade. So, ich finde wirklich, der lässt sich gut fahren. So, ja, kann auch ein bisschen driften. Wenn man mag. Yo, das war immer richtig schön mit der Karre. Wirklich ein Lob. So, ich werde mal... mit dem werden wir mal das restliche Spiel machen, je nachdem, wie wir ihn auswählen können, weil der war wirklich richtig geil zu fahren. Ja, Promo-Event, ich schau mal rein. Den Lava, bin ich ja noch voll, ey. So, sieben Minuten. Oh, nur die Karre. Und auch nur die da. Oh, Mann. Will ich das wirklich mit der Karre? Naja, probieren wir es mal. Boah, aber der rote Bugatti gerade da ganz vorne sah auch nicht schlecht aus. Aber die sehen alle gerade so ein bisschen geil aus. Die Lackierung hier. So, wir haben sieben Minuten Zeit. Das heißt, wir müssen hier groß nicht drängeln oder so. So, ja. Ich fahre nicht gegen Autos, aber gegen die Wande. So, arbeite mich langsam nach vorne. Und schon wieder ein Crash. Und schon wieder ein Crash. Und ja, da hat er auch einen kleinen Eckstuhl starkes Stück verloren. So, und nicht meinen Spiegel. Ja, super. Aber den brauche ich ja zum Glück nicht. So, halt. Alter. Ne, ich kriege den nicht von der Backe. Gibt es ja gar nicht. Ja, da rüber. Dankeschön. So, wir sind mal in Platz 4. So, wir haben noch 6 Minuten. Wow. Ich kämpfe mich, glaube ich, zu schnell nach vorne. So, Alter. Oh, genau. Dankeschön. So, Alter. Will der mich hier wegschieben? Gibt es ja gar nicht. So, das war ein bisschen zu schnell. Hi, jetzt kommen sie mir hier von hinten wieder. Gibt es ja gar nicht. Wir probieren es andauernd. So, oh, 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 oh. Ja. Die Kurve ist sehr schlecht gefahren. Zu schnell. Und nicht von außen. Lauter Fehler. So, vorne fährt noch ein Pagani. Als fühlender. Heute fühlen wir euch auch ganz gut, aber... Ja, hat sein Heckstang nicht verloren, ey. Ich habe gerade nur neun Spitzen anbekommen. Irgendwie Heckstang, Smasher oder so. Kein Plan. Der ist schon zwei Jahre beseitigt. So, oh. Woher kommt denn der? Wie unangekündigt zieht der an mir vorbei. Den habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber das kann ich auch, Kollege. Sogar ohne dich zu berühren. Ha. Da war ich gerade überrascht. So, auch wieder ein bisschen schnell. So, wir haben aber noch so viel Zeit. So, ja, machen wir mal einen Drift. Auch wenn es gerade nicht gewollt war. So, jetzt kommt gleich wieder der Tunnel. Diesmal fahren wir den ein bisschen besser. Fahren wir links. Und, Alter. Ich denke mal, auf der kurzen Gerade kann man noch ein bisschen Gas geben. Aber eigentlich sollte man das schon gleich bremsen. So, ist der? Na, der zieht gleich vorbei. Oder auch nicht. So, Alter, wir haben noch so viel Zeit. Kann man den ruhig noch ein bisschen vorne fahren lassen. Dass er sich gut fühlen kann. Auf der Art so, oh, ich bin Platz 1. So, oh. So, der Pagani, der lebt aber auch immer in meiner Nähe. Ich fahre gerade auf jede Bande. Weil ich es einfach kann. Ganz einfach. So, wir sind erst bei der Halbzeit. Aber womit ich fahre gerade ein bisschen weg, kann das sein? Platz Nummer 1. Aber man kann ja relativ gut bei den Kurven aufholen. Weil die immer, finde ich, ein bisschen zu viel bremsen. Oder ich zu wenig. Je nachdem. Aber es ist trotzdem noch relativ gut reicht. An manchen Stellen. So, hier mal ein bisschen früher. Und dann kommt mir auch wirklich schön rum. Wobei, ich glaube, der Platz 1-Typik hat mich jetzt noch einen Ticken besser gefahren wie ich. Aber hier zum Beispiel bremst du ein bisschen blöd. Da kommen wir wieder schön nah ran. So, noch ein bisschen Rabatz. Das interessiert den aber gar nicht. Zwei Minuten noch. So, uiuiui. Aber vor allem, wir sind ja gar nicht hier in der WSR. Das heißt, es geht ja gar nicht nach Punkte. Das heißt, wir müssen ja das Rennen sogar auf Platz 1 wenden. Ich habe ja gerade so überlegt, welche Runde sind wir überhaupt? Also, erstes Rennen, zweites Rennen, drittes Rennen oder so. Da ist mir aufgefallen, wir machen ja gar keinen Championship-Cut. Das heißt, wir sollten ja das Rennen gewinnen. Das heißt, langsam sollte ich mal angreifen. Eineinhalb Minuten, glaube ich, noch. So, ja, angreifen. Hier erst mal die Bande angreifen. So, jetzt schauen wir mal. So, ich rutsche auch gerade ein bisschen zu viel. Na, der erfahrt mir davon. Es ist kein Bock, da noch mal hier sieben Minuten zu fahren. Obwohl die Karre jetzt gar nicht so schlecht ist. Also, der Eichstein-Druck damals war schon noch mal bedeutend schlechter. So, ah ne, die sind wir gerade ein bisschen kacke gefahren. Eigentlich wollte ich gucken, so wenig wie möglich zu bremsen. So, alter! Wie nah wir rankommen. So, go, 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 go. Oh, noch eine halbe Minute. Last 30 Sekunden. So. Man, der erfahrt ja wirklich so kacke, die Strecke. Äh, die Strecke, sag ich schon, ja, die Kurve. So, alter, lass mich vorne. Oh, 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 oh. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, wow, wow, wow. No, 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 no. Du bleibst hinten, Kollege. So, hier noch richtig spannend gemacht. So, hier der letzte Versuch. Bis in die letzte Sekunde probiert er das. Gibt's ja gar nicht. Obwohl das ich dran nicht war. Zwei Meter vorne? Das stimmt aber auch nicht, oder? Das war noch keine zwei. Obwohl, doch. Ja, okay, wenn die Kabel vier bis fünf Meter lang ist, vier Meter circa, kann das passen. Superb. Just superb. You're totally committed to those fans. Keep it up. Superb. Richtig superb. So, wir haben eine Rennserie Face-Off-Checkpoint Drift. Und die Championship natürlich noch. Okay. Machen wir mal die Rennserie. Drei Rennen. So. Hallo. Natürlich nehme ich wieder den Acht mit. Obwohl der SLS GT3 eigentlich nicht schlecht ist. Der da. Aber wir nehmen wieder hier unseren geliebten Acht mit.